Ich habe mich für das Studium entschieden, weil es ideal zu meinem Beruf passt. Ich arbeite als Customer Relationship Manager in einer Weberei. Ich habe mich für das Studium entschieden, da es sowohl aus persönlicher Sicht als auch für meinen Beruf ist. Ich arbeite beim Chemnitzer Fußballclub in der Marketingabteilung, eine sehr gute Ergänzung darstellt. Unternehmen stehen heute häufig vor der Herausforderung, dass die Geschäftsbeziehungen zu Kunden sehr gefährdet sind. Der MBA-Studiengang im Beziehungsmarketing oder Customer Relationship Management, der hier an der TU Chemnitz von der TUKAT angeboten wird, ist das passende Angebot. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf innovative Technologien. So beschäftigen wir uns mit Big Data, wir beschäftigen uns mit Social Media und Online-Marketing, um unsere Studierenden fit zu machen für die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Marketing und IT. Ich kann das erlernte Wissen ideal umsetzen, da ich im direkten Kundenkontakt stehe. Ich bin einmal im Monat hier zu den Präsenzveranstaltungen. Die restliche Zeit kann ich bequem von zu Hause aus auf das Lernmanagementsystem zurückgreifen. Es ist auf jeden Fall mit ein bisschen Disziplin machbar. Was das Studium ebenfalls sehr interessant macht, ist die Tatsache, dass meine Kommilitonen sowohl aus dem ganzen Bundesgebiet kommen, teilweise auch aus dem Ausland und vor allem, dass wir uns aus verschiedenen Branchen hier begegnen und somit viele interessante Ideen gerade aus anderen Branchen einfließen. Ich kann allen, die sich für diesen Studiengang interessieren, diesen nur sehr nachhaltig empfehlen, weil sie hier mit dem nötigen Rüstzeug, mit den Fähigkeiten ausgestattet werden, die sie für diese Herausforderung brauchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.